und spannend geht es weiter hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen folge an chartet 4 so die rätsel haben wir jetzt endlich gelöst da unten war zum anfang ein bisschen ja was jetzt schwierig aber da muss erst mal reinkommen in das rätsel aber es ging dann eigentlich ganz gut so schauen wir mal wie es weitergeht ich glaube uns da draußen werden uns gleich ein paar erwarten ein paar gegner ich glaube das ist sams turm auf jeden fall ist das sams turm komm schon hier lang wir müssen jetzt zum auto das war schnellstmöglich das bin mal durch hier wir sollten jedenfalls nicht auf ihn warten Sorry, Mann. Komm, hier runter, Neen. Neen, komm auf! Scheiße. Alter, muss das weg? Oh, der Mann. Keine mumpeln drin. Oh, ich hab keine Munition. Ich hab den erwischt, oder nicht? Okay, schon gut aus. Boah, älter. Wollen wir da jetzt vorbeikommen? Haben wir eine Granate dabei? Vielleicht geht's ja. Okay, das geht nicht. Also, ich hab keine Arten. Okay, das geht nicht. Oh, ich hab keine Arten. Oh, ich hab keine Arten. Okay. Oh, ich hab keine Arten. Ich will hier irgendwie wegballern. Nein, mach die nur mal alle, das gibt's doch nicht. Wir müssen auf die Reifen schießen oder was? Was sagst du so leicht? Was sagst du, was sagst du, was sagst du? 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 Was sagst du? Oh. Man. 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 Stürb 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 Da oben wird's frei Stürb 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 Hast du Spaß ? Oh, wir verreicht WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich weiß nicht, wo ich laufen muss. Nein, was ist denn das für ein Scheiß? Nein, kein Plan, wo ich lang muss, Mensch. Da kommen wir nicht runter, normal. Okay, da kommen wir nicht lang. Geh hier lang, keine Ahnung. Waaat? Rafe will uns wirklich loswerden. Ha, meinst du, ich? Boah. Stopp, stopp, wir sind zu los. Hey, nee. In dieser Stadt können wir uns nie wieder blicken lassen. Der Beste wird länger. Woa, 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 woa. Echt, gut. Das ist ein Gelände, war ein Feier. Komm, du schneller. Wir müssen weiter weg. Ja, ich muss erst mal hier hoch, Mensch. Okay, dann soll der Laster mal vorbeikommen. Oh, tu. Ward, RDzug. Komm schon! Runde, rede! Krampfhallo! Arора, pfass! Keine Angst, sie schafft das! Doch sie schafft das! Das stimmt nicht! Was tut das? Ch.-mmmmw-Ah! Er wurde da lang, Richtung, Richtung Turm. Wir sind fast da. Bitte aufschauen nach Sam. Hey, ich glaube, da ist er. Da drüben. Festhalten! Was denkst du, was ich hier mache? Komm hier zu ihm. Keine Ahnung. Ich wollte einfach diesen Konvoi. Mann, Mann. Haben die langsam genug Schläge auf uns gehetzt? Ja, wir reden doch. Also, wir gehen doch weg. Boah, was macht der denn? Ich kämpfe an, wo ich lang muss. Ich fahr einfach nur. Da sind sie. Weißt du, wie wir selber reichen? Da wird durch die Reichsförder scheißegal. Ich weiß, ich weiß. Oh, nein. Nein. Hier, häng du mal. Was? Ich will jetzt eigentlich nicht mit rein. Wahrscheinlich. Alter, was denn hier los? Oh, Mist, Mist, Mist. Meine Frise. Oh. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, Mist, Mist, Mist. Alter, sind die los? was trolln ob campus. Oh, Mist. Was ist schnapp? Was ist sonst? IchChrist super. Ich hab keine Mumpeln mehr. Ich hab keine Mumpeln mehr. Ich hab keine Mumpeln mehr. Das ist schön, wenn ich sechs Schuss hab. Ich hab keine Mumpeln mehr. 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 Ich hab keine Mumpeln mehr.